Tja, hier hinter mir, meine Damen und Herren, am Brandenburger Tor fand heute in Berlin die Fair-Wandel-Demonstration der IG Metall statt. Kann man sich mal angucken hier. Wäre eine schöne Bühne gewesen, also wenn man darauf was hätte machen können, das hätte schon den richtigen Kick gegeben, das muss man sagen. Aber auch hier war die IG Metall natürlich wieder äußerst arrogant und selbstheilig und hat meinen Wünschen nicht entsprochen. Aber man muss sagen, die IG Metall war relativ initiativ, das muss man sagen, in ihren Reden, in ihren Argumenten, was den sozialen Wandel, d.h. die soziale Gerechtigkeit anbelangt. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn man vielleicht auch mal zum Zuge gekommen wäre. Das war's, meine Damen und Herren, hier von der Fair-Wandel-Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin.